Na dann, schauen wir mal in diese Richtung nach, das sieht schon nach einer Pyramide aus. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo ans Ende der Welt und nach Hause kommen, oder ob das hier eine Pyramide in der Erkundungstour wird. Ach du Schande. Oh, hier sind wir wieder unten. Das kommt mir noch seltsam bekannt vor. Die Blöcke, die man vorsichtig abbauen sollte. Sonst gibt es hier Probleme mit dem Runterstürzen. Ok, da scheint es sicher zu sein. Ich brauche eine Spitzhacke, sonst wird das hier nichts. Werkbank. Oh, ich habe sogar eine Spitzhacke mit dabei. Steinspitzhacke. Mal eben gegen das verrottete Fleisch tauschen. Vorsichtig hier durchgraben. Ah, da geht es steil runter. Das ist gut zu wissen. Kann man vorsichtig abbauen hier. Ja, die Mittelstände kriegt man nicht so leicht. Oh. Was ist denn da unten? Können wir uns da vorsichtig runtergraben? Oder kommen wir dann nicht mehr? Da fallen wir dann sehr schnell runter. Oh. Eine Druckplatte. Ganz vorsichtig. Also, das fliegt ja alles in die Luft. Oh, Knochen. Das nähe ich mir mal mit. Das macht Grabräuberei. So muss das sein. Ganz vorsichtig. Ich weiß doch, dass alles in die Luft springt. Und hier. Was Falsches machen. Das macht. Pyramidenplündung. Knochen kann man gebrauchen. Und einen Sattel. Ne, das ist eine Pferderüstung. Sand. Ne, das ist eine Pferderüstung. Sand. Ne, das ist eine Pferderüstung gegen... Ne, gegen die Federn. Grasbüschel. So vorsichtig, Freunde. So sollte man ganz vorsichtig sein hier. Die Kisten langsam und sicher ausräumen. Nichts riskieren. So. Da muss ich wieder was rauswerfen. Nein, nicht die blauen Blumen. Sticks. In die Touren kann ich das legen. Ja, das ist gut. Die Latte Sandstein hier hin. Nach uns Markt. Schießpulver. Nehmen wir uns mit. Omen. Naja. Einen bisschen Sand in die Trune legen. Sandstein. Tauschen. Ja das ist gut. So hier. Ganz vorsichtig hier. keine Scheiße bauen, goldene Apfel, nichts riskieren, Antazienholz, Sattel, wir sind zu gierig und wir treten da drauf und dann ist es vorbei, wird lustig, das sind unsere ganzen Items weg, sollten wir hier nicht riskieren, ganz wach sein und aufpassen, das ist hier eine blöde Sache, kommen wir überhaupt wieder raus, oder sind wir jetzt hier gefangen, am besten bei uns mit Sand wieder hoch, ah die blaue Keramik habe ich auch gefunden, so am besten dann hier, zack, kann ich das hier irgendwo hinbauen, ja sehr gut, weil ich mich hier wieder hoch, haben wir die Truhen rausgekriegt, Geber Keramik, so hoch mit mir, erfolgreiche Grabblinderung, so macht man es, könnt ihr euch abgucken bei Zwerggy, nehmen wir doch noch ein paar Schätze mit, ja das ist wirklich nicht schlecht, also was für Sattel und so weiter, ja auch schon nicht, also wenn wir damit nach Hause kommen, dann ist echt nicht, wow, da wäre ich etwas runtergefallen, das ist echt nicht mies, müssen wir aufpassen, wo wir hier hin treten, so, Räuberei hier, sicher wieder rauskommen hier, ja, nice, puh, die Küperblöcke hier sind doch bestimmt explosiv, wenn man die abbaut oder irgendwie berührt, es wird kritisch, wow, da geht es ganz nach unten, durch die Geschichte hier, ein bisschen Sandstein, ja, ich habe keinen Platz mehr im Inventer, Zeit für mich nach Hause zurückzukehren, so, das Fleisch kann ich schon mal weg essen, ein bisschen Heilung kriegen, ja, ist nicht schlecht, ja, ein bisschen Grabröberei übertrieben, wenn das nicht ins Summen her und in den Titel kommt, das nicht wichtig für diesen Part wird, ich habe noch gar nicht seit, gegrüßt, mein lieben Zweig, wie bin ich nur Hobbits und Englodum, gesagt, zu einem neuen Part, Minecraft, Arno, mit dem Zweigfürst, ich weiß ja, dass das hier ein neuer Part ist, oh, da geht es schnell weg runter, hinunter geht es da, so, jetzt müssen wir mal hier langsam nach Hause finden, ich habe jetzt hier mittlerweile Schätze mit mir rum, das ich ungern mal verlieren würde, deshalb bekomme ich auch langsam Angst hier, in der Wüste so rumzulaufen, das ist kein freundlicher Ort, ja, Falschaden ist natürlich das Beste, was man hier noch machen kann, in Teilung gibt es da auch nicht so viel, so, Nahrung verbrochen, oh nein, das war vergiftet, das war Zombie, totes Fleisch, so ein Mist, das war keine so gute Idee, schmeißen wir das gleich mal weg, das verrottetes Fleisch, roß Hühnchen, das hat mir nicht sehr viel gebracht, so, mal schlafen hier, nichts riskieren, ich will hier wirklich nicht sterben, das wäre jetzt richtig scheiße, das würde ich richtig verfluchen, wenn ich hier jetzt sterben würde, aber hallo, das wäre jetzt hier, das wäre jetzt wirklich die größte scheiße, also mal weiter hier, irgendwo hinter dieser Wüste muss es doch das Ende der Welt geben, da bin ich mir doch fast sicher, nicht fast sicher, ich bin mir da sicher, ich weiß bloß nicht an welchem Ende, das wäre jetzt hier, das wäre jetzt hier, das wäre, das wäre, ich würde mich verfluchen dafür, dass, wenn ich jetzt hier die Items verliere, das ist so viel Schönes hier mitgebracht, allein schon von diesem Grabliebstahl hier, das ist, nee, das wäre, das wäre, unverzeihlich, das ging jetzt gar nicht, nee, da drüben ist ein etwas wie ein Ozean, nee, da sollten wir jetzt mal, Richtung Ozean gehen, und mal gucken, dass wir zurechtkommen hier, gucken, dass wir hier keinen Creepern, und keinen Monstern, begegnen, oh, ich habe die Rüstung hier an, vorhin habe ich, im letzten Part habe ich gesagt, ohne Rüstung gehe ich da nicht rein, so, Boot-Craften, ich habe die Ölung von Boot, Boot-Möglichkeiten, habe ich noch genug Holz mit dabei, ich fürchte nein, mal schauen, Boot, 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 Eichenboot, da braucht man Hölz, einiges an Hölz, hm, sieht schlecht aus, Dank Tieren kann man nicht zu Holz verarbeiten, die in der Wüste generell, naja, ist ein bisschen schlecht, aber wir können am Wasser entlang laufen, so vielleicht etwas erreichen, das scheint auch hier der Ozean am Ende zu sein, ich kann ja versuchen raus zu schwimmen, also hier muss doch die ganze sein, da kommt man nicht weiter, das ist hier der Endlosen Horizont, ja, ja, hier komme ich nicht weiter, hier kann ich nicht sehr weit raus schwimmen, hier ist mal wieder ein Wüstenpart, wie es ausschaut, und ich hoffe wirklich auch in diesem Part anzukommen, weil, auch aus diesem Grund, weil ich schon, das müsste jetzt der vierte Part sein, in dem ich unterwegs bin, das wird langsam hier, Zeit mal, zurückzukommen und mal wieder Baufolgen zu machen, mal wieder ein bisschen, ja, die Schätze zu benutzen und, ja, wie ist das, ich meine, mal ein bisschen das Dorf wieder zu pflegen, das ist glaube ich mal, wieder angebracht, so, ich glaube wir können nichts falsch machen, wenn wir hier am Ufer langlaufen, sei denn wir sind am falschen Ufer, das kann natürlich sein, aber dann laufen wir halt einfach mal im Quadrat, Tintenfischer, soll ich den was antun oder, naja, erstmal nicht, ich weiß nicht wie sie ticken und was da riskiere und, naja, lieber mal kein überhöhtes Risiko hier, als es eh schon ist, na denn, renne ich hier mal die Strände entlang, mit ein bisschen Zeitraffer, Timelapse und so, dann müsst ihr nicht die ganze Wüstenwanderung hier ertragen, ich hoffe es wird ruhig und ich komme ohne zu sterben mal nach Hause, das wäre ein unheimlicher Fortschritt, das ist mir bisher noch nie passiert, dass ich ohne zu sterben mal nach Hause komme, na denn, auf gehts! Mit dem, wenn wir jetzt mal mit dem, das ist, 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 das So, da nehmen wir uns natürlich immer Zuckerrohr mit, wenn wir das hier schon mal so rumstehen haben. Dafür sind auch Timelapse gut, dass man hier nicht den ganzen Weg zeigen muss, für so lange Strecken hier ist es mal gut, dass ihr nicht die ganze Zeit erleben müsst, sonst wäre der Part ewig lang, ist aber wahrscheinlich eh, aber da müsst ihr nicht das Schlimmste sehen. So, Zuckerrohr habe ich genug, denke ich, ich muss mich mal belesen was man daraus machen kann, was ich damit anfange, aber ja, irgendwas kann man bestimmt machen, ist bestimmt etwas nützlich. Ja, mein Gebirge ist mir noch nicht begegnet, mein Dorf, aber jetzt geht es ja in eine andere Richtung hier, jetzt bin ich einmal in den Block gelaufen, jetzt geht es ja in die Richtung weiter, ja vielleicht von über auf der Ecke, aber ansonsten laufen wir einmal durch die Welt. Minecraft, ja da ist ja eine Kugel, äh Quatsch, ne ist halt nicht, die Minecraft, ja da ist keine Kugel, die ist wie alles andere Minecraft ein Klotz. So sieht es aus, blubs, blubbediblub, so weiter geht es, ich würde vorschlagen mit Timelapse, voran, voran, nachdem wir hier den Grad vorbereitet haben, sollen wir mal ein bisschen schneller vorankommen, so auch die Landschaft so ein bisschen genießen, die an uns vorbeiläuft, jetzt in der Surfbiom, was wir hier so sehen, irgendwann kommen wir dann hoffentlich mal an, da habe ich die stille hoffnung, dass mein vollen Inventar hier mal irgendwo ankommen, ja, unbeschadet hoffentlich. Musik 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 Läuft hier wie Jesus übers Wasser, ja, so muss es sein. Musik Ich danke dir, 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 die Wüste, so was von, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ich will nach Hause, glaubt das mir. Wenn ein neues Timelapse besteht, dann muss man ewig aufnehmen, dann kommt man auch nicht voran. Ich gehe an dem Zuckerrohr vorbei, weil ich genug habe, kein Platz mehr im Winter. Tja, man könnte ja in Zukunft mal so etwas machen wie Themen überreden, da habe ich auch direkt zwei, drei Vorstehe für euch, könnt ihr ja diesmal, oh, hier haben wir so ein, das kennen wir doch, da hat man ja schon mal drüber übernachtet, da war doch irgendwie schon mal in dem gewissen Part, wo wir in den Grunden geplanscht haben. Es hatte auch irgendwas zu behalten, ein Tempel oder so was, irgendwas war damit. In diesem Ding, dass man da eine Wahrscheinlichkeit von dem Tempel hat, ich glaube wir waren schon in einem, jetzt haben wir auch diese Schätze gefunden. Ja, wie gesagt, oben in der Infobox habe ich was verlinkt, da könnt ihr mal abstimmen. Drei Themen, ein davon wird dann demnächst mal, wenn überhaupt jemand abstimmt und wenn da ein Ergebnis zustande kommt, ausgewählt für ein, ja, für ein Torque in einem Minecraft-Arno-Part. Und das sind, ich kann es euch mal erklären, ihr werdet es wahrscheinlich schon sehen, oben in der Infobox, wenn ich daran gedacht habe, es zu verlinken, wenn nicht, ja, dann ist das äußerst blöd, dann war ich wieder mal zu dumm oder zu, vergiss nicht, zu faul das einzutragen. Ich würde sagen, es gibt einfach drei Möglichkeiten, drei Themen, die sind aus drei Gebieten, das erste Thema ist, ja, so ein bisschen leichter, so, ja, trivial, könnte man sagen, Themengebiet trivial, da verrate ich euch noch nicht was, ich sage es einfach nochmal, einfach nur, Themengebiet trivial, das erfahren ihr dann im Part, wie es dann aussieht, damit, das zweite ist dann Thema politisch, oh, ein großer See, sieht auch nicht schlecht aus, und das dritte Themengebiet ist dann ein Statement, von mir ein Statement, zu einem aktuellen Thema, wo ich mich dazu äußere und so ein bisschen was sage, ja, meine Meinung so in meiner Ansicht dafür, Vortrag, Achtung, politisch, da muss ich was zu sagen, politisch heißt halt, dass ich mich halt damit auseinandersetze, dass ich das Thema schon so auseinandernehme und auch vielleicht ein bisschen meine Meinung dazu begründe, aber ich werde auf keinen Fall auch in Minecraft-Videos irgendwelche Sachen vertreten oder irgendwie Partei ergreifen für irgendwelche Sachen und irgendwelche Aktionen, Hashtags oder irgendwelche politischen Aufklärungen machen, ja, möglich ist es schon auch politische Aufklärung, weil ich darüber rede, aber ihr wisst, was ich meine, ich werde da jetzt hier kein Aufstehen gegen Rechtsaktion oder keine Wir sind mehr, ja, das ist ja jetzt aktuell, Wir sind mehr, nachher steck, da werde ich jetzt, wenn ich nicht, wenn ich nicht, keinem Aufruf oder sowas folgen, da werde ich jetzt nichts sonderbares machen, da werde ich einfach über ein politisches Thema reden, was mich gerade sehr interessiert und was, wo ich, wo ich gerade drin bin und worüber ich einfach reden will und, ja, verstehe ich da, was ich meine, da, ist natürlich ein bisschen ernster, ja, Politik ist kein Ponyhof, das ist, glaube ich, jedem klar und, oh, ich sehe was, oh, das ist schön, ich sehe mein Haus, wir sind da, wir sind angekommen, ja, wie es halt auch ist, um es zu ändern, zu vielen Politik ist kein Ponyhof, das wird natürlich schon ernst, das wird nicht spaßig, na, das wird schon interessant, aber es wird jetzt nicht, ja, es wird jetzt nicht lolly lustig und guter Bund, es hat Politik, es wird um ernste Themen gehen und es wird vielleicht auch ein bisschen düster ab und an, nicht immer, aber es hat Politik so an sich, dass es auch manchmal nicht so schön wird, oh, ein Villager, das ist doch einer von Siegfriedsfreunden, hat sich runter von Ort, ja, macht auch eine kleine Wanderung, nicht so eine ganz große wie ich, aber eine kleine Wanderung macht es doch, so, ich lege mich jetzt hier mal schlafen, obwohl ich schon fast zu Hause bin, aber ich will jetzt hier nicht von Hexen noch auf dem Weg verfolgt werden, also am Tag hier mal lang gehen, ich kann meine Schätze nach Hause bringen, ich kann meine Schätze nach Hause bringen, ich freue mich, könnt euch das vorstellen, ich weiß jetzt nicht, ob ich das noch in das Video quatscht habe, aber das wäre mal gut, wenn ich das jetzt in diesem Video, jetzt ist das jetzt ein bisschen überlänger, das Video der Part, aber ich bin zu Hause, nice, das Dorf am Arsch der Welt hat mich wieder, also, äh, okay, ähm, da jetzt hochkommen, Spitzhacke, habe ich dabei, so, zack, 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 hier hochhangeln, nein, mach keinen Scheiß, Zwergi, mach keinen Scheiß, jetzt hier noch, kurz zum Ziel, nicht noch abmoksen, das wäre ja wohl, das wäre jetzt hier wohl scheiße, mach keinen Scheiß, sachte hier hoch, sachte, ganz ruhig, ganz entspannt, nicht runterfallen, nein, Zwergi, auszwergi, ganz sicher und sachte hier hoch, hab ich den Schritt gekriegt, jetzt hier, meine drei Herzen hier, noch sterben, das soll nicht, das soll nicht sein, puh, Klaus, ist doch ein Klausianer, Klaus war das nicht, aber ein Klausianer, das Ring, so, da ist das Gefängnis, nice, 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 Siegfrieds Haus und mein Haus, sehr schön, das Dorf hat mich wieder, und da ist Klaus, Klaus das Ruhn, Klaus der Zweite, Tachchen, ich bin wieder da, hast du mich vermisst, das Feld, das Feld, das müssen wir uns auch mal angucken, das sieht schon gar nicht so schlecht aus, das könnte man, glaube ich, ernten, da können wir vielleicht auch ein bisschen was anbauen, aber erstmal bringen wir die Schätze nach Hause, bevor uns hier noch was passiert, ja, nice, 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 daheim, sicher und zu Hause, runter ins Wasser, nice, ich freue mich, ich könnte es euch nicht vorstellen, ich freue mich, da zurück zu sein, jetzt wird einsortiert, und dann sind wir wieder in Sicherheit im Dorf, wo wir hingehören, ich würde sagen, Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid, und ja, keinen weiteren Part Minecraft A noch mit dem Zwingenfest verpassen wollt, und euch das gefallen hat, und ihr euch auch freut, dass ihr hier dabei seid, dass wir hier wieder zurück sind, ein Blöckchen aktivieren, ihr wisst Bescheid, ihr habt noch einen angenehmen, forstlichen Tag, ich gehe jetzt erstmal feiern, ne, das mache ich nicht, ich bin kein Feiern-Typ, aber das wird jetzt hier erstmal drei Tage lang gefeiert, haut da rein, ciao, ciao Läuft noch, ja und da rein, du schiit, hier unten Content und da rein,